Musik Hey Leute, ich bin's Emma von Emma Maus, Tasche, Roblox und Co. Und Leute, heute spielen wir mal richtig Robies. Und genau, wir sind hier gerade in der Lobby und es wird auch dann bald mal Robies mit Faceskin kommen. Bloß ich hatte gerade keine Lust, die Faceskin anzuschalten, deshalb machen wir es jetzt einmal ohne. Und ich werde leider die Musik hier vom Spiel nicht verwenden können, wegen Urheberrecht. Aber ich werde einfach eine andere drüber machen. Und wir werden hier so ein paar Songs spielen. Ich habe hier ein paar, ja. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach hier mal mit dem hier an. Oder wollen wir erstmal mit dem Leichten anfangen? Wir fangen mit dem hier an. Ich mag das sehr gerne. Und ich habe übrigens, es ist hier auf K, L, A und S und A. Genau, und jetzt müssen wir halt hier so diese Button so drücken, also die Buchstaben. Standardweise sind es A, S, D und F, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Doch, müsste es sein. Und bei den langen muss man halt gedrückt halten. Und man soll halt versuchen, so viele wie möglich richtig zu kriegen. Und umso höher die Kombo ist, umso besser ist es sozusagen. Genau. Und es gibt verschiedene Schwierigkeitsgrade. Also das ist jetzt hier noch relativ leicht. Also vom Schwierigkeitsgrad, ich finde es jetzt nicht ganz so easy. Aber es gibt deutlich schwieriger. Aber es gibt auch Leichte, die irgendwie viel schwieriger sind als richtig Schwierige. Also als welche, die einen richtig schwierigen Schwierigkeitsgrad haben. Falls man es verstehen kann. Und genau, jetzt habe ich hier so eine glitzernde, türkisene Phase. Also ich habe ganz generell hier die auf Türkis. Aber es ist gerade glitzernd. Und jetzt kriegt, also es muss man halt am besten besonders viele richtig schaffen. Und es gibt okay, great und perfect. Und natürlich miss. Das Spiel hatte ich ja schon mal in ein paar Livestreams gespielt. Sorry, falls ich übrigens nicht ganz so viel sagen kann. Bloß es ist halt... Ich konzentriere mich immer sehr. Genau, deshalb sage ich öfters nicht so viel. Jetzt hatte ich gerade ganz viele okay. Und es geht halt... Und man hatte hier auch rechts eine Note. Also jetzt bin ich gerade bei C. Und das Beste ist natürlich A. Also das sind so die amerikanischen Noten. Leute, falls ihr das Spiel schon mal gespielt habt. Oder es gerne spielt. Ich glaube, es geht mal unten in die Kommentare. Nein, okay. Das habe ich an verpasst. Schade. Also meinen Rekord mit 0 kann ich leider nicht knacken. Aber ich bin schon jetzt bei B. Ja. Und jetzt kommt... Den Part kann ich nicht. Jetzt bin ich wieder bei Combo 0. Voll sad. Den Part kann ich manchmal... Ich hasse... Manchmal kann ich den. Und manchmal eben nicht. Okay. Jetzt haben wir... Sieht man hier, wie viele man verpasst hat. Die Maximal-Combo war bei mir 500. Also ich habe 500 richtig. Und genau. Man kann halt hier verschiedene Lieder spielen. Das ist auf alle Fälle mega cool. Wir können ja vielleicht auch gleich mal mit jemandem zusammenspielen. Wenn es hier jemanden gibt, der... Nein, liegt nicht, dass ich kann. Wir könnten zum Beispiel jetzt mal ein schwieriges probieren. Zum Beispiel das hier. Das ist zum Beispiel Difficult 14. Weil ich so gut bin, Leute. Machen wir es doch mal. So was meine ich, Leute. Das haben wir schon mal in einem Livestream gespielt. Das ist... Es gibt da deutlich schwierige... Was irgendwie bei Level Difficult 1 ist. Das habe ich mal mit jemandem gespielt. Difficult 1. Und nicht... Nicht jedes, aber... 1. Und das war richtig... Äh... Richtig schwierig. Meine ich. Und dagegen geht das hier zum Beispiel noch... Aber es ist nicht leicht. Leicht. Es ist bloß einfach gleich. Ich würde jetzt nicht rüberkommen, dass ihr denkt, dass es für mich leicht ist. Das ist... Ich bin auch sehr angespannt. Deshalb sage ich auch nicht so viel, Leute. Okay, das geht jetzt 1 Minute. Oh Gott. Nein! Diesen Part finde ich richtig schwierig, Leute. Weil ich da nicht genau weiß, immer... Wie... Wann und wie... Und wie schnell... Ich schnell die Button drücken muss. Übrigens, Leute, für den Real Life Kanal. Hat sich schon einen guten Namen mal gefunden. Den habe ich in den Kommentaren gelesen. Ich weiß gerade nicht mehr genau, wie der war. Ich kann ihn euch gleich einblenden einfach. Aber der war... Der Name war eigentlich ganz cool. Aber ich schätze mal, wir heißen dann erstmal einmal Maustaschen. Ich werde euch dazu nochmal ein Video machen. Und dann den Kanal verlinken. Genau, jetzt müssen wir hier noch... Ich bin so schlecht. Nein, das war ja sogar das Ende. Wo ich jetzt welche verpennt habe. Schade. Naja, Leute. Was soll's. Ich verspiele es mal. Das, würde ich sagen. Mal warten, ob noch jemand reinkommt. Dann können wir es mit jemandem spielen. Ah, okay. Jetzt geht's los. Okay. Viele verschiedene Lieder. Und jetzt müssen wir gleich noch voten, für welches Lied. Es wird sowieso das Tier. Aber okay. Okay. Wir sind bei dem Lied. Aber okay. Ich habe keine Ahnung, wie es geht. Oh Gott. Ich bin übrigens jetzt Erster. Genau. Jetzt wird hier auch... Gibt's ja auch erste und zweite Plätze und sowas. Ist mir eigentlich egal, auf welchen Platz ich komme. Wäre schön auf dem ersten Platz, aber es... Sieht nicht so aus. Wohl. Ne, ich schaue jetzt nicht auf die Plätze. Ähm. Ja, ich versuche jetzt einfach... Also ich glaube, er hat... Ich habe sogar eine höhere Kombo als er. Ja, wie geht das? Wahrscheinlich macht er alle perfekt. Alle dann jetzt so. Ja. Soll ich öfters Robits spielen, Leute? Also ich spiele Robits richtig gerne. Also... Also meistens, wenn ihr mich irgendwie spielen seht, bin ich wahrscheinlich in Robits. Das Spiel ist einfach mega cool. Und Leute, ich würde sagen, das ist das letzte oder das vorletzte Lied, was wir heute spielen. Weil... Ja. Aber wenn ich eben öfters Robits spielen soll... Ups, das war gerade schlecht. Schreibt es gerne in die Kommentare. Und es wird dann demnächst auch Robits Videos mit Facecam kommen. Schätze ich mal. Oh Gott. Okay. Oh mein Gott. Ich hasse es. Das finde ich so schwierig. Oh mein Gott. Ich bin auf dem ersten Platz. Nein! Aber ich hätte nicht gedacht, dass ich die Kombo so lange halse. Okay. Wir haben es geschafft. Mega cool. Ich habe in Anführungszeichen nur zwei Fehler. Eigentlich voll gut dafür, dass ich die hier noch nie gespielt habe. Und ja, Leute. Es ist sehr aufwendig, so schnell. Deshalb werde ich das Video hier schon enden, ne? Und... Genau, Leute. Und ja, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Tschüss! Tschüss!